Kann ich neben meiner Altersrente zwei Minijobs ausüben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Zum 01.01.2023 sind sämtliche Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten weggefallen. Insoweit kann ich die Frage nur mit einem einfachen Ja beantworten. Sie können neben Ihrer vorgezogenen Altersrente gerne einen Minijob haben, gerne zwei, drei, vier, fünf oder wie viel Sie auch immer haben wollen. Das ist überhaupt nicht das entscheidende Problem, denn es wird nichts mehr als Hinzuverdienst auf Ihre vorgezogene Altersrente angerechnet. Deshalb können Sie so viele Jobs neben Ihrer Rente machen, wie viel Sie wollen und mögen. Der Gesetzgeber setzt Ihnen da keine Grenzen mehr. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.